Ist bei dir auch so unerträglich heiß? Ich werde dir eine Abgehörigung bitten und zwar werden wir heute ein Sommerbild in ein Winterbild umwandeln. Mein Name ist André Sotow, willkommen bei Sotography und jetzt geht's auch schon los. Ich habe hier mein Bild bei Photoshop schon mal geöffnet und das erste was wir machen, wir gehen auf die Kanäle. Wenn du diese Kanäle nicht hast, dann musst du ganz einfach hier oben auf Fenster klicken und ein Häkchen bei Kanäle setzen. Bei Kanälen klicken wir jetzt auf den grünen Kanal und wir wählen uns jetzt das Ganze aus mit CMD A und kopieren uns das mit CMD C. Jetzt können wir wieder auf Ebenen gehen, machen uns eine neue Ebene und werden uns das Bild was wir davor kopiert haben mit CMD V hier einmal reinsetzen. Jetzt erstellen wir uns einmal eine Kopie dieser Ebene mit CMD J und werden jetzt einmal das Bild weichzeichnen mit Filter, Weichzeichungsfilter und Gauscher Weichzeichner. Ich denke mal ungefähr, also bei diesem Bild jetzt auf ungefähr 2, vielleicht 3 Pixel, man muss einfach schauen, dass man keine Details mehr so stark gekannt, keine starken Kanten. Ich drücke jetzt auf OK und setze den Ebenenmodus hier auf Weiches Licht. Jetzt gehen wir auf die Graditionskurve und wählen diese nur auf unser unterstes Bild. Und zwar, wenn wir hier auf das kleine Symbol hier klicken, wenden wir die Clipping Mask an und somit wird alles was wir hier auf dieser Ebene machen, nur auf dieser Ebene dann drunter angewendet. Ich werde das jetzt ein bisschen aufhören, ich denke mal ungefähr so, denn wenn es schneit, dann ist das meistens sehr hell, weil das ganze Schnee reflektiert. So, und weich gezeichnet haben wir es, damit das ein bisschen, ja, so blurig wird. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir können das später nochmal ein bisschen ändern, falls was. Und wir werden uns jetzt den Schnee kreieren. Das machen wir, indem wir hier auf die Neuebene klicken. Mit Shift F5 werden wir die Fläche mit Weiß fühlen. Tut mir leid, mit Schwarz. Und dann gehen wir auf Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Okay. Ich habe hier die Einstellungen Gausche Normalverteilung monochromatisch und Stärke ungefähr auf 100%. Ich klicke jetzt auf OK und jetzt werde ich eine Tonwertkorrektur anlegen. Diese wende ich auch wieder nur auf diese Ebene da drunter an, mit diesem kleinen Symbol. Jetzt werde ich die Schwarzwerte hier runterziehen und die Weißen hochziehen. Aber da passiert nichts, denn davor müssen wir das Ganze erstmal ein bisschen weichzeichnen. Wir gehen auf Filter nochmal, Weißzeichnungsfilter, Gausche Weichzeichner und werden das ungefähr auf 1 Pixel, vielleicht 1,5 Pixel, weichzeichnen. Und wenn wir jetzt die Tonwertkorrektur hier wieder anwenden und wieder mit der Clipping Mask, indem ich mit gedrückter Altasse hier zwischen die Ebenen klicke, das ist dasselbe wie wenn man hier auf den Symbol klickt und wenn ich jetzt hier die schwarzen Töne wegziehe, sieht man, da passiert schon wieder was. Die Helligkeiten werden wir ein bisschen hochziehen und jetzt können wir mit den Schwarzwerten, also mit diesem schwarzen Pegler spielen und sagen, okay, für mich sieht das jetzt hier ungefähr realistisch aus. Für einigen, also wenn jemand mehr Schnee möchte, dann kann man auch natürlich hier diesen Wert nehmen, aber das sieht für mich schon eher nach einem Schneesturm aus, deshalb wähle ich ungefähr 121 hier bei diesem Bild. Das können auch Sterne sein, also wenn man Nachthimmel machen möchte, dann ist das auch die Methode dafür, um einen Sternehimmel zu machen. Und für Sternehimmel habe ich auch ein Tutorial gemacht und zwar hier kannst du mal anklicken und nachschauen. Okay, zurück zum Thema. Und zwar werde ich jetzt diese Ebene, diese schwarze Ebene, die wir betrauschen versetzt ist, werde ich einmal auf Negativ multiplizieren setzen. Okay, wir haben hier meiner Meinung nach noch ein bisschen zu wenig Schnee. Was wir dagegen unternehmen können? Wir können nochmal die Ebene auf Normalmodus klicken und werden uns jetzt mit dem langen Tassenkürzel, Shift, Alt, CMD und E, alle Einstellungen oder beziehungsweise das Bild auf eine neue Ebene bringen. Somit können wir eigentlich diese Tonwertkorrektur und das Bild darunter, dieses Rauschen, löschen, aber ich werde das jetzt anstatt löschen mit CMD, G in eine Gruppe fassen. Somit kann ich dann immer wieder noch darauf zugreifen. Ich habe hier jetzt mein Bild mit dem Schnee. Ich benenne das mal ganz kurz. Ich setze die Ebene jetzt nochmal auf Negativ multiplizieren. Und jetzt kann ich mir ein Duplikat davon machen mit CMD, J oder einfach diese Ebene auf das neue Ebenezeichen ziehen und kann das jetzt mit CMD, T transformieren. Somit kann ich das jetzt zum Beispiel einmal größer ziehen. Somit haben wir jetzt große Schneeflocken hier. Ich werde das aber ein bisschen verkleinern, das ist viel zu groß. Bestätige das Ganze mit Enter und kann das hier zum Beispiel ein bisschen weichzeichnen, mit gauschen Weichzeichnern. Weil das ist ja meistens so, wenn man Schnee fotografiert, dann ist es ja nicht immer scharf, sondern man hat ein bisschen vor der Linse, das ist dann wiederum nicht in der tiefen Schärfe, ist dann ein bisschen unscharf. Im Hintergrund ist das dann wieder ein bisschen schärfer. Und somit können wir jetzt diese großen Schneeflocken mit gauschen Weichzeichnern ein bisschen weichzeichnen. Somit ist das der Schnee, der ein bisschen näher zu der Linse ist. Okay, jetzt können wir das Ganze nochmal duplizieren und jetzt werde ich das nochmal vergrößern. Ich zoome ein bisschen dafür raus, damit ich hier besser arbeiten kann. Und das ist dann der Schnee, der wirklich ganz nah vor der Linse ist. Ich kann das sogar noch ein bisschen mehr vergrößern. Das müssen ja ganz schön große Flocken sein. Okay, und jetzt kann ich das Ganze nochmal mit Weichzeichnungsfilter, dauscher Weichzeichner, ein kleines bisschen weichzeichnen. Somit haben wir hier die Schneeflocken, die vor der Linse eher sind. Einmal hier diese mittleren und einmal die ganz kleinen, die im Hintergrund sind. Wenn man wie gesagt mehr Schnee möchte, dann kann man das Ganze auch noch ein bisschen verschieben. Und diese unterste Schneebene, diese ganz kleinen Flocken, können wir einmal mit CMDJ wieder duplizieren. Und können wir das mit CMDT zum Beispiel um 180 Grad drehen. Ich fasse unsere Schneebene hier kurz in eine Gruppe zusammen, mit dem ich alle auswähle und CMDG drücke. Jetzt kann ich das mal kurz mit Schnee nochmal benennen. Somit sieht man jetzt, wir haben einen ganz coolen Schnee kreiert auch hier im Bild. Das verleiht auch mehr das Gefühl, das wir im Winter fotografiert haben. Nochmal zum Vergleich, das Vorher, das Sommerbild und hier haben wir unser Winterbild. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Und du kannst wie immer das Bild hier unten in der Beschreibung oder hier rechts downloaden. Und kannst selbst ein bisschen experimentieren, was du daraus machst. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, wie gut du das hinbekommen hast. Und gerne auch mit Links zu Facebook-Seiten kannst du ganz einfach in die Kommentare mal mit dem Link zu deinem Facebook-Bild, was du gemacht hast, verlinken. Und ich werde mir anschauen und gerne mal meinen Kommentar dazu geben, meinen Senf. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Bearbeiten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.